Herzlich willkommen zur SRK-TV-Reportage. An einer Aufbereitung des Heizungswassers führt heute kein Weg mehr vorbei, zumindest wenn die Anlage nach den Vorgaben der VDI 2035 befüllt werden soll. Um dem Fachhandwerk die Erfüllung dieser Vorgabe zu erleichtern, hat Grünbeck ein Zwei-Komponenten-System für den Heizungsschutz entwickelt. Wir durften Monteur Manuel Mesch vom SRK-Fachbetrieb Herreiner Haustechnik auf eine Baustelle begleiten und ihm bei der Erstbefüllung einer Heizanlage über die Schulter schauen. In dem kürzlich erstellten Neubau der Lettener Metallbearbeitung GmbH in Finningen bei Ulm werden Präzisionsteile für die Maschinen, Automobil- und Medizinindustrie gefertigt. Um optimale Produktionsbedingungen bei niedrigem Energieverbrauch schaffen zu können, haben Manuel Mesch und seine Kollegen die Produktionshallen mit moderner Gebäudetechnik ausgestattet. Ja, wir sind hier in einem größeren Industriebetrieb. Wir haben hier eine Flächenheizung, Fußbodenheizung mit 1400 Quadratmetern installiert zum Heizen und Kühlen. Eine Wandheizung ist die installiert mit 240 Quadratmetern. Es ist eine warme Rückgewinnung von Kompressoren eingebaut. Wir haben hier eine Luftwärmepumpe zum Heizen eingebaut und zum Kühlen eben. Bei der Befüllung der Heizanlage setzt der Monteur auf die Mischbettpatrone desalic MA13 und die Heizungsschutzdosierflüssigkeit Thermalic Safe von Grünbeck. Diese ist auf einem Transportwagen montiert. Mit diesem kann er das Harz bequem in den Heizraum transportieren. Die Genothermbefüllarmatur ist ebenfalls aus dem Hause Grünbeck. Sie wurde bereits bei der Installation der Heizleitungen verbaut. Für die Verbindung zwischen Anlage und Mischbettpatrone benötigt Manuel Mesh nun nur noch zwei Panzerschläuche. Nachdem er die Verbindung hergestellt hat, kann die Befüllung der Anlage mit vollentsalztem Wasser starten. In der Mischbettpatrone des Desalic MA13 sorgt ein innenliegendes Verteilsystem dafür, dass der Behälter von unten nach oben gleichmäßig durchströmt wird. So wird das Harz in den Beuteln optimal genutzt. An dem Display kann er die Befüllung kontrollieren. Hier wird die Leitfähigkeit des Wassers angezeigt. Unser neues praktisches Zwei-Komponenten-System zum Schutz der Heizungsanlage dient an erster Stelle dem Anlagenschutz. Durch Vermeidung von Funktionsstörungen des Heizungsschutzsystems durch Verschlammung und Korrosion. Weiter spart ein optimales Aufbau des Heizungswassers Heizkosten. Außerdem verlängert sich dadurch die Lebenszyklus der Anlage. Darüber hinaus ist eine nachhaltige Energienutzung ökologisch sehr sinnvoll. Des Weiteren sind die Wasserparameter nach VDI 2035 ausgelegt, was von Experten empfohlen wird. Der Befüllvorgang in Finningen ist mittlerweile abgeschlossen. Die Mischbettpatrone kann abgebaut werden. Dank des grünen Entlüftungshebels kann Manuel Mesch über dem Bodenablauf den Druck ablassen. Der Heizraum bleibt sauber und trocken. Um den pH-Wert im Heizungswasser dauerhaft zu stabilisieren, muss unser Monteur nun nur noch die Dosierflüssigkeit Thermalik Safe in die Anlage füllen. Die Pumpe samt Zubehör und Adapter für den Kanister finden allesamt in einem handlichen Kofferplatz. Die Befüllung der Anlage ist nun abgeschlossen. Das Heizwasser entspricht jetzt den Anforderungen der VDI 2035. Wenn Sie noch mehr über das Zweikomponentensystem für den Heizungsschutz von Grünbeck erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unser Montagevideo. In diesem zeigen wir die Montage mit allen Details und ganz ausführlich. Das war unsere SHK TV Reportage. Morgen geht es hier mit unserer Marktsendung weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss!